Wir haben den Tisch für heute Abend reserviert. Wir haben den Tisch für heute Abend reserviert. Auf welchen Namen? Auf welchen Namen? Auf den Namen Schulze. Auf den Namen Schulze. Bitte kommen Sie rein. Проходите, пожалуйста. Bitte kommen Sie rein. Ist der Tisch hier frei? Ist der Tisch hier frei? Leider nicht. Der Tisch in der Ecke ist frei. Leider nicht. Der Tisch in der Ecke ist frei. Danke. 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 Danke.